Hallo zusammen, ich bin der Krigl und ich zeige euch jetzt den Alltag von einem Strassentransportfachmann oder Fachfrau. Meier-Dobler AG ist führend im Vertrieb und Handel mit Heizungsbedarf. Hier wird das Material eingeladen, das dann ausgeliefert wird. Dabei ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass das Material angebunden wird, auf die Ladungssicherung geachtet wird, dass es während dem Fahren nicht kaum kippen kann. Unsere Benefiz sind, wir haben sehr lukrative Arbeitszeiten, wir führen eine Du-Politik und im Generellen keine Weekend-Arbeit. Also wir arbeiten am Wochenende nicht. Hier fahren wir jetzt zum ersten Kunden, wo wir die Warte ausliefern. Aber eine gewisse Zeit wirst du dann selbstständig mit dem Lieferwagen zuerst und dann mit dem Lastwagen die Ware ausliefern. Hier wird die Ware jetzt deponiert. Das ist vorgängig beim Kunden abgemacht worden, bei der Avisierung von diesem Material. Jetzt will es den Kunden gerne hinter einem Haus wählen, wo jetzt das deponiert wird. Dass du auch bei uns in die ganze Planung hineinschauen kannst, wirst du auch eine gewisse Zeit in der Woche bei uns im Büro verbringen. Wenn dir das gefallen hat, bewirbt dich bei Meierdobler. Bis dann! Bis zum nächsten Mal, wir sind in der Richtung Spiele. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.